und jetzt der sniper ganz ruhig hier ruhig brauner so da wird erstmal gespeichert sich jetzt halber vielleicht irgendwas großes oder was wir sehen hier alles kommt weiß jetzt ja nie ich bin hier so so ich bin der typ mit dem raketenwerfer jetzt hier reinkommen zu retten wie dumm bin ich eigentlich statt hier raus zu sprengen gerade aber mal rein zu pfeffern und jetzt muss noch einer lebt ok 2 hm 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 heilung ja muss ja sein und so ne wir brauchen alles was es gibt hier was es gibt hier alles wertvoll na sterbe 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 speichert ja ja das gibt so alles hier wenn es auf hauspunkte geben würde wird es natürlich perfekter machen oder ne eigentlich auch nicht weil ich sowieso ne alles kille na weil ich die ja links rechts einnehmen hm nochmal die hier da geht es runter und das leck gerade mal wieder was ist das jetzt das war das hier geht zum ewig langen gang wo sogar peine kommen wo es hier raus geht oder wo keine kommen keine oder erst mal sowieso glaube ich gleich weg gehen muss wie process mal killen werde wenn sie da weg gehen ja das muss ich war ganz wichtig weil ich glaube das ist hier versteckt mensch Ob ich, hab ich doch mal. Hm. Ein Versteck. Yay. Boah, der Masuka sogar. Schick, schick. Stahlhelm eigentlich auch noch. So, jetzt haben wir alles. Was ist das hier? Fluggweste. Zack. T-N-Dynamit. Ja, TNT. T-N-T. Also, wenn es ja nicht jetzt sterben würde. Irgendwann nur ein Zufall. Waren wir hier schon? Ja nicht, aber hier ist es anscheinend nur Essen. Was sowieso keiner braucht, weil er jetzt schon vergammelt ist. Achso, das war ja der Weg. Okay. Okay. Müssen wir sich hier lang. Wo auch. Wo. Welten stand. Oh. Ansonsten ist ja auch nix weiter. Hm. Okay. Dann müssen wir hier irgendwo woanders lang. Wo ich nicht weiß wo lang. Vielleicht da drüben. Und da kamen wir aber doch. Hier bin ich hier lang. Nee. Da lang. Oder? Mir geht das richtig? Wenn ich jetzt verlaufen. Wenn es doch schon mal zu ist, dann glaube ich bin ich nicht richtig. Und hier sowieso nicht weiter geht. Aber ich hätte hier alles nicht keiner mit dem... Okay. Und ich hier sowieso nicht weiter komme. Bin ich mir jetzt unsicher. Hm. Das kann man ja kaputt machen. Bleib. Hm. Ich hab ein Problem. Denn ich habe keine Ahnung wo ich lang muss. Von da kam ich dann. Glaub ich. Ist so alles immer kompliziert, was die da immer machen müssen. Ist hier vielleicht da unten da weiter. Oh nein. Das war halt eben nur. So halt ne. Obwohl ich jetzt auch nicht hier ist. Hier ist nix. Hier ist nix. Da 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 ist nix. Ich hab Bock was zum kaputt zu machen. Wohl. Was? Vielleicht geht es da auch noch weiter. Hier vielleicht was vergessen oder so. Nö. Nix veressen hier. Leider, Ich hab keine Ahnung wie ich gerade aufrufe. Aber egal. Hm. Hier kam wir ja auch schon. Da war es auch nicht. Hier war es auch nicht. Da war es auch nicht. Anda. Da ist wirklich kaputt. Ei, hab ich so ein bisschen los. bar. Ja hier sprich mal wie noch die Schellmerfer. Ahleds. was ging denn noch hier weiter also müsste es halt ja hier müsste es eigentlich weitergehen theoretisch what the fuck alter jetzt weiß ich warum ich glaube ich die besucher brauche oh man ey das war ganz schön heftig wurde gespeichert am anfang des levels was nicht sein kann nämlich hier muss es ja genau bin ich gut so gehen wir gleich mal hier runter wenn er mal hier runter springen würde so oder dynamit da rum ganz einfach zack jetzt weiter hier zack nix weiter hier weiter verdammt verdammt diese scheiß erhitzen ist nervig ich glaube ich mache es aber massen oder mäßig damage ich hasse es ich hasse es wenn die da immer so schön campen schluss ja das was das ist ich